Hallo, ich bin's, der Jean, und dies ist mein kurzer Weihnachtsgruß an dich. Ich wünsche dir frohe und sehr entspannte und genussvolle Festtage. Ich hoffe, du wirst sehr viel Gelegenheit haben, neue Tabake auszuprobieren, vielleicht die ein oder andere neue Pfeife einrauchen zu können, zu müssen, oder vielleicht auch und oder vielleicht auch sogar den ein oder anderen edlen Tropfen zu verköstigen. Wie feiert der Jean Weihnachten? Ja, also mein persönlicher Gabentisch von mir an mich ist hier schon bereit, und da zeige ich natürlich gern kurz, was sich da so alles drauf befindet. Zu trinken gibt's wie meistens Whisky, Gin und Rum im Wechsel. Da habe ich hier jüngst einen neuen irischen Whisky entdeckt, den Teeling. Sehr, sehr lecker, also wer den Jameson mag, wird diesen Whisky lieben. Dann gibt es hier den besonderen Gin aus England, den ich letztes Jahr von einem lieben Freund geschenkt bekommen habe, den Hotspur Gin. Und natürlich, wie kann es anders sein, aus Flensburg, Johansen Royal Rum. Tabaktechnisch, klar, auch bei mir dürfen die drei Weihnachtseditionen hier nicht fehlen. Wunderbar vorgestellt bereits vom Angelo. Verlinke ich auch hier nochmal die Videos von ihm dazu. Retrace Winter Edition, John Aylesbury Winter Edition und natürlich Kohlhase und Kopp. Die Wintertime Edition, abwechselnd geraucht hier in meinen, oder aus meinen drei neuen Pfeifen. Das sind die Davorin Morta, die Kopper Morta aus Kroatien, die Krischka, Karel Krischka und natürlich die Faun Kenia. Die kleinste in der Riege hier. Ein herzliches Dankeschön auch nochmal an dieser Stelle von mir an dich für deinen Support das ganze Jahr über für meinen Kanal, fürs Zuschauen. Und ja, ich hoffe, meine Videos gefallen dir und sie schaffen es, dass du trotz der herausfordernden Zeit im Augenblick einfach ruhig, gelassen, entspannt und fröhlich bleibst. Noch einmal frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal. Ciao, sagt der John.